Hallo und willkommen bei Hardware-Rat, hier die Technik-News der Kalenderwoche 15, 2018. Vor etwas weniger als 40 Jahren kam der erste Intel-Prozessor raus mit der x86-Architektur. Und Gerüchte besagen, dass sie zum 40. Jubiläum eine Jubiläums-CPU herausbringen wollen. Und da Intel sowieso gerade bei der 8000er-Reihe ist, liegt es nahe, dass der Prozessor 8086K heißen wird, also 8086K. Das soll dann ein Prozessor sein, basierend auf dem 8700K, allerdings mit 4 GHz Basistakt und mit 5 GHz Boost-Takt. Ein ähnlicher Prozessor wurde schon als QS-Modell verschickt, also ein Vorserien-Modell, was die Wahrscheinlichkeit sehr hoch macht. Dieser Chip hat weiterhin eine TDP von 95 Watt, also wie der 8700K. Wenn der Prozessor erscheint, dann am 8. Juni 2018, denn da ist dann das Jubiläum, da wurde Intel 8086 40 Jahre alt. Der Intel 8086 war ja wie gesagt der erste x86-Chip von Intel mit 16-Bit, also noch nicht mal 32-Bit, 5 MHz und rund 29.000 Transistoren. Intel hat ja schon mal einen Jubiläums-Prozessor rausgebracht, der Intel Pentium G3258, ein Pentium-Prozessor, den man auch übertakten kann, was ja heutzutage nicht mehr der Fall ist bei Intel. Wenn wir schon bei neuen Prozessoren sind, die AMD Ryzen 2000er-Reihe ohne Grafikeinheit sind jetzt vorbestellbar. Aber natürlich zu den Preisempfehlungen von AMD, daher sind sie natürlich etwas teuer. Der Ryzen 2700X mit 8x3,7 GHz und ein Turbo von 4,3 GHz kostet 319 Euro. Der 2700er, auch mit 8 Kernen, 3,2 GHz und Turbo 4,1 GHz kostet 289 Euro. Der 6-Kerner 2600X hat 3,6 GHz und Turbo 4,2 GHz für 225 Euro. Und der 2600 hat 3,4 GHz und 3,9 GHz für 195 Euro. Vier Kerner gibt es noch nicht. Beziehungsweise vier Kerner gibt es ja schon in Form von 2400G und 2200G. Fraglich ist, ob da überhaupt noch neue vier Kerner nachkommen. Um das nochmal klar zu machen, das sind die Preisempfehlungen von AMD, zu welchen die Prozessoren vorbestellt werden können. Das heißt nicht vorbestellen. Auf keinen Fall vorbestellen. Kurz nach dem Release werden die Preise auf jeden Fall fallen. Auch gibt es schon die neuen X470 Mainboards zu bestellen. In Geizhalt sind 17 Stück gelistet. Aber diese sind meiner Meinung nach auch noch viel zu teuer. Die X370 Boards haben derzeit ein deutlich besseres Preis-Leistungsverhältnis. B450 Mainboards gibt es noch nicht, aber B350 Mainboards sind mit einem entsprechenden BIOS-Update natürlich genauso kompatibel. Man hatte vermutet, dass Intel bei Coffee Lake Prozessoren einen Achtkerner hinterher schiebt. Das wird vielleicht nicht so sein. Achtkerner im Mainstream-Bereich gibt es scheinbar dann erst zu Ice Lake. Ice Lake soll so ziemlich am Anfang 2019 erscheinen. Das alles hat jedenfalls so ziemlich der Notebook-Anbieter Eurocom verraten. Ob das nun stimmt oder nicht, weiß man nicht, weil die Foreneinträge wurden schon wieder gelöscht. Allerdings hat Eurocom damals auch schon aus Versehen die Z390 Mainboards verraten. Das hat sich als richtig herausgestellt. Apropos Z390, Biostar hat die Z390 Mainboards aus Versehen angekündigt. Denn beim neuen B360 GT3S Mainboard ist ja eine Anleitung mit dabei. Und diese Anleitung gilt auch für das Z390 GT3 Mainboard. Also daher weiß man, es kommt ein Z390 GT3 Mainboard heraus. Interessant ist aber, dass man bei der Annahme wohl falsch war, dass Z390 Mainboards mit dem neuen Achtkernprozess herauskommen. Vermutlich kommen die Z390 Mainboards früher heraus. Da Intel üblicherweise pro Sockel zwei CPU-Generationen hat, wird Ice Lake auf dem jetzigen 1151 Sockel noch laufen, beziehungsweise mit den neuen 1151 Chipsetzen. Wovon man allerdings ausgeht, dass der neue Intel 8-Kerner nur mit dem Z390 Mainboard zusammenläuft. Mal abwarten, ob sich dies bewahrheitet. AMD bringt umgelabelte Polaris-Grafikkarten für den OEM-Markt heraus. Diese heißen dann nicht mehr RX500, sondern RX500X. Die RX580X ist quasi identisch zur RX580, selbe Taktraten, gleiche Shaderanzahl. Was allerdings neu ist, ist eine RX540X, die quasi gleich ist wie das kleinere Modell der RX550X, allerdings niedriger taktet. Ich hoffe bloß nicht, dass einige Kunden meinen, eine RX580X wäre besser als eine RX580, bloß weil ein X dahinter steht. Aber fertig PC-Käufer, naja, die denken manchmal echt komisch. Und die RX550X soll es auch als Version mit 640 Shade-Einheiten geben. Das war's dann aber auch schon mit den Technos für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video.